Marc Girardelli, ich glaube, der hat da schon einen Rückstand auf den Pepe Strobl, der fünffache Weltcup-Sieg. Und er ist ja einer von ganz wenigen, die in allen Disziplinen gewonnen haben. Da gibt es noch einen Günter Marder, einen Chetil-André Armut, einen Lasse Tschüss und ich glaube, einen Pirmin Surbricken. Fünf an der Zahl sind es die, die im Weltcup in allen Disziplinen gewonnen haben. Er ist auch einer, Marc Girardelli, der ja immer wieder hier in Ischglauch mit diversen Rennläufern trainiert. Der seine eigene Modelinie hat. Nochmals 1.21.14 Uhr, die Zeit von Pepe Strobl und Marc Girardelli ist seit 1.02 Uhr.